Unser Jüngster in der Runde ist mit dem Internet aufgewachsen. Als Digital Native hat Vincent Grosse seine Talente aber nicht am Turnerkränzli gezeigt, sondern eben auf YouTube. Mit 22 könnte er jetzt eigentlich zu einem Song tanzen aus der Jahrespirade 2018, aber er hat sich für ein Lied entschieden, das aus seiner Perspektive eigentlich fast schon ein Oldie ist. Geboren bin ich 1996 und mein Teenageralter war ab 2008, 2009 bis vor ein paar Jahren. Was das extrem geprägt hat, ich würde schon sagen, die technische Entwicklung, die technischen Mittel, aber auch extremes Internet natürlich, das für jeden zugänglich ist. Es haben sich sehr viele Chancen geöffnet, für mich auch als Musiker. Ich habe ja auf YouTube angefangen mit der Musik eigentlich, weil ich zu schüchtern war, meinen Geschwistern oder meinen Eltern, meinen Kollegen etwas vorzuspielen auf die Gitarre und sie zu fragen, was sie denken. In der Öffentlichkeit so aufzuwachsen, sprich auch Sachen im Internet preis zu geben, das ist für mich eigentlich wie normal geworden. Also, und ich glaube, ich spreche dafür für meine ganze Generation. Aber ich gebe es selber auch jetzt mit der Musik nie zu viel Privat. Ich finde, gewisse Teile, das ist so mein Privatleben, das nehme ich mir, das brauche ich auch, das ist mein Fundament. Und ja, gewisse Sachen zum Beispiel, wenn ich versuche zu tanzen, das teile ich dann mit der Welt. Und ich hoffe, dass es nicht allzu schlecht aussieht. Mambo No. 5, das ist der Song, den du dir ausgesucht hast. Und wir tanzen hier dazu eine Salsa. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich glaube, der Song passt zu meinem Jahrzehnt, weil er einfach happy ist. Er ist fröhlich, er verbreitet gute Laune. Von dem her ist das, glaube ich, ein würdiger Verbretter. Die Herausforderung bei Salsa ist die Körperbewegung. Das ist nochmal etwas ganz, ganz anderes. Das ist ein sehr lebensfroher Tanz. Und ja, er hat Hüfte. Ich denke mir an das smoothige Tag. Es sieht eben geschmeidig aus, aber es ist nicht so einfach, sage ich mal wirklich. Jetzt müsst ihr mal nachmachen, wirklich. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Bis zur Live-Show muss noch einiges passieren, dass man erkennen kann, dass wir auf Salsa tanzen und dass die Lockerheit dann auch vorhanden ist. Sechs, sieben, eins, zwei, drei, fünf, sechs, okay. Wir stoppen mal. Es ist ehrlich gesagt schon nicht so prickelnd, wenn du auch gar nicht mehr zustande bringst. Weisst du, am Anfang einfach rechts, Schritt links, das schaffst du noch. Und dann irgendwann hast du so eine Knäuel in deinem Kopf in mir. Und dann ist es einfach gar nicht mehr gegangen. Folgendes ist, es geht darum, dass ich auf dich drauf springe, hinter dir durchgehe und unterdurch wieder hochkomme. Als sie mir erklärt hat, was sie meinte, habe ich schon gedacht, irgendwie, das ist jetzt, das ist ein Witz, oder? Oh! Genau. Okay, mal bis dahin. Und jetzt mache ich das Gleiche mit dem Kopf vor mir? Ja. Wirklich? Ja. Jetzt müsstest du mich da halten. Ja, aber... Und dann gehe ich da hoch. Also bis dahin habe ich weder Jessica noch Monika oder Rita zum Tanzen gebracht. Das war ja bis dahin noch scharf. Bis zur Show. Los! 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 Tschüss! 5! 1, 2, 3, 4, 5! Everybody in the cocksgang. From her last ride. To the nigga storeped auf der K continuer. The boys say they want some gin and juice, but I really down a little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Trophäe, die Trophäe, Mambo Nummer 5 Die Trophäe von Savla Die Trophäe, die Trophäe Ein bisschen besser, ich glaube immer noch nicht perfekt, aber Valerie hat da mehr rausgeholt bei mir, als sie jemals gedacht hat, also danke fürs Vertrauen und fürs Mitmachen. Valerie, du begierst dich da immer in die Hände von jemandem, der eigentlich noch nicht sehr lange tanzt, todesmutige Hebefiguren, du vertraust ihm voll und ganz? Ja, wirklich, also er hat mich auch wirklich noch nie fallen lassen und ähm, nein, also das kann ja durchaus mal ein bisschen passieren, ich hatte auch schon eine Woche im Nassen vom Tanzen, aber nein, er hat das wirklich immer super gemacht und ich habe mich auch super aufgehoben gefühlt. Holen wir uns Feedback von der Jury, wir gehen als erstes zu Marianne. Die Freude, die du hast, ist grandios, das steckt an. Vom Mambo her habe ich die sogenannte Latin Hip nicht gesehen. Es gibt eine ganz bestimmte Hüftbewegung, die eine Sonne hat, wo alle kubanischen Tänze haben, die eine verzögerte Hüftbewegung haben. Das habe ich leider nicht gesehen. Er hat, glaube ich, auch noch ein bisschen eingedrehte Füsse gehabt. Das tut mir ein bisschen leid, weil sonst war es eine sehr gute Performance. Der Charakter von Mambo war für mich zu wenig. Aber du strahlst, du bist fröhlich, hast einfach den Applaus. Danke beim Arolf. Ja, ich schliesse mich eigentlich deinen Wort an. Aber das Strahlen und das Fröhliche sind genügend. Ich habe dich ein wenig steif empfunden. Die anderen Tänze haben dir besser gelegen. Und Kurtis noch zum Schluss? Also ich finde, dass dieser Tanz dir besser gelegen ist als der erste, komischerweise. Ich finde auch die Hebefigur, die du gemacht hast, sind super. Also der Show-Effekt ist da gewesen. Wie viel, dass das jetzt reicht, möchte ich noch nicht genau. Ich muss noch einmal über die Bücher gehen, noch einmal durchschauen. Aber sicher besser als der erste Tanz gewesen. Danke vielmals auch Ihre tolle Show-Zeit, Vincent und Valerie.